Musik 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 Wie es uns so lieben hat. Die Mitglieder Hans-Gerd Bangert, Jan und Klein, Klaus Huggelberg, Bert Littermann, Frank Wittig. Der ist noch nicht so ganz lange dabei, aber dafür schon kräftig dabei. Ohne solche Wittkämpfer würden wir so eine Feier nicht veranstalten. Ich möchte euch noch mal bitten, nehmt euch Blumen mit, packt uns zwei Euro in die Kasse. Seht zu, wir haben ja noch Blumen, es ist ja noch Herr Frost, der soll morgen Abend kommen. Kommt alle gut nach Hause, ich wünsche noch einen schönen Samstagabend. Und ganz besonders natürlich eine schöne besinnliche Adventszeit. Alles Gute, wir sehen uns dann wieder im Rahmen des Hammervereins im neuen Jahr. bei Kinken, bei Kühen und bei vielen anderen Veranstaltungen. Vielen Dank und Tschüss, auf Wiedersehen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020